Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cupheads. Ja, wir haben im letzten Part schon den ersten Boss kalt gemacht und das letzte Level geschafft. Das ist sehr erfolgreich. Und den ersten Boss habe ich auch tatsächlich ziemlich gut gemacht. Okay, der bleibt mir ein bisschen blöd sind, glaube ich. Naja. So, ich glaube hier ist der nächste Boss, oder? Machen wir den gleich mal. Ich habe nochmal geschaut, ähm, nee, Schiff war das, genau. Hier wegen diesen Sachen, ne? Also ich habe überlegt, ob ich mir jetzt doch noch diesen selbst schießenden Schuss kaufen soll, weil ich glaube, der ist echt nicht so schlecht, aber andererseits, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir fangen einfach mal, wir probieren es mal, wenn ich es nicht hinkriege, dann können wir es ja immer noch ändern. Weil der letzte Boss hat ja gut funktioniert. Okay, was ist denn das? So richtig hässliche Frösche. Was machen die? Wow. Okay, die war es denn aus. Ähm, ich wollte einfach parryen, aber ich habe es nicht hinbekommen. Okay, das ist ja richtig schwer, das zu parryen. Hat es doch, äh... Okay, was ist das für ein Scheiß? Okay, die schießen da so eine Kacke. Das ist natürlich dreckig. Okay, was machen die jetzt? Okay, diese Scheiße schon wieder. Er trefft sie halt nicht. Also es ist vielleicht echt nicht schlecht, diesen selbst schießenden Schuss zu nehmen, ne? Kratz doch ab, Mann! Okay, was macht der jetzt? Na ja, Move. ETF. Okay, äh, hey, aber die, die Hälfte ist schon geschafft von denen. Das geht ja eigentlich. Ach komm, ich probiere es nochmal. Also ich kann gerade überlegen, ob ich den selbst schießenden Schuss kaufen soll, aber dann machen wir die gleich nochmal. So. Muss ich eigentlich gar nicht bewegen. Achso, jetzt machen sie gleich das da. Wow, Alter, lass die Scheiße, bitte. So, aber einfach hier so darstellen ist, glaube ich, leichter. Außer man ist dumm wie ich, Alter. Das gibt's nicht. So, jetzt kommt er wieder an. Dash Move. Genau, da bin ich nicht unverfassbar. Das wissen wir jetzt, ja. Oh, Mann! Die waren ja schon fast down. Also eigentlich dürften sie gar nicht mehr so viel aushalten. Wir müssen doch gleich down sein. Mann, das gibt's doch gar nicht. Wir müssen, wir müssen eigentlich fast down sein. Das war's, oder? Okay, was kommt jetzt? Was ist das für ein Scheiß? Was ist denn das für eine Scheiße? Das wollte ich gar nicht. Okay, man kann da parryen. Und jetzt? Was ist das? Frosch? Okay. Einfach draufschießen, einfach draufschießen, Mann. Scheiße, jetzt habe ich natürlich genauso... Boah, diese Münzen treffen sich bestimmt auch, oder? Beziehungsweise, jetzt seht ihr bestimmt was ab, wenn die sich treffen. Was jetzt? Frosch. Was ist das hier? Nein! Boah, Alter. Was? Was? Das könnte nicht euer Ernst sein. Ich hätte noch einmal meine Attacke einsetzen müssen, das wäre down gewesen wahrscheinlich. Alter. Ihr wisst nicht, wie ich mich gerade fühle. Wahrscheinlich schaffe ich das jetzt wieder nicht mehr. Das ist wahrscheinlich wieder so ein guter Versuch und jetzt hängt's wieder. Oh nein. Oh, das war so gut. Ey, ich wette, das wäre noch ein Hit gewesen. Ein Hit. Wow. Oh man, diese erste Attacke, ich finde die eigentlich gar nicht so leicht, muss ich sagen. Jetzt habe ich volle Attacke. Das heißt also, wenn ich es im komischen Automaten will, zumgleich kann ich meine Spezialattacke einsetzen. Das werde ich natürlich auch machen. Ist klar. Was kommt? Okay, das ist was Neues. Ist mir scheißegal. Hä? Hat das jetzt Schaden gemacht oder nicht? Boah, was ist das denn für eine Scheiße? Okay, das ist aber eigentlich, das ist eigentlich das Geilste. Das ist ja richtig nice. Aber ich habe jetzt gerade Schaden dadurch bekommen, dass ich meine Spezialattacke eingesetzt habe. Das fand ich sehr unfair. Okay, das ist wieder was Neues. Wie viel gibt's denn da? Boah, das ist irgendwie nicht so cool. Boah, das ist ja richtig eklig. Oh ne, das mag ich nicht. Boah, das ist richtig eklig. Boah, das ist scheiße. Aber schon wieder fast geschafft, Mann. Das... Boah. Aber ich raste aus, ey. Das kann nicht wahr sein. Ich schaffe die gerade die ganze Zeit so ganz kurz vor knapp. Okay, jetzt kommt dritter Versuch. Ich setze jetzt gerade jetzt einen. So. Fuck, nochmal. Warum habe ich nicht eine Parry gemacht? Wir hatten noch volles Linger. Okay, jetzt. Hab ab, du blöder Automat. Oh Mann, das ist so kacke, dass sich diese Münzen auch treffen. Oh, jetzt habe ich wieder noch ein Leben hin, obwohl ich davor noch... Ich hatte noch drei quasi. Natürlich kommt dieser Katzenscheiß jetzt nur noch. Ja, das verkacke ich doch eh, Alter. Das ist richtig dreckig hier. Boah, das ist echt fies. Boah, ich habe es sogar geschafft, aber... Die Münzen, Mann. Ich finde diese Phase ist... Also das ist schon die schwerste. Okay, Ochse. Das war eigentlich nice, oder? Nein. Boah. Okay, oben. Die runter. Okay. Noch einmal vielleicht. Dann war es das hoffentlich. Komm, bitte mal Frosch. Oder Ochse. Ochse am besten. Ja. Nice. Wir haben es geschafft, Mann. Alter. Im dritten Versuch. Nicht schlecht, oder? Also bisher habe ich mich beim ersten mit Abstand am beschissensten angestellt. Ey, das ging ja voll gut. Okay, Parry habe ich halt gar nichts wahrscheinlich. Ich habe nichts geparried. Ups. Ey, aber es war echt nicht so schlecht, oder? Egal. Also mir geht es eh nur darum, es zu schaffen. Und ich mache einen dritten Versuch. Nice. Gibt ja voll gut voran hier. So, Serienkontrakte. Nice. Es bockt sich übel, das Game, finde ich bisher. Also muss ich echt sagen. Soll ich den automatischen Schuss? Ich weiß nicht. Der ist halt nicht so stark, ne? Ich glaube, ich kaufe mir den erst, wenn ich wirklich noch Probleme bei einem Boss habe. Weil ich den nicht treffe, oder so. Ansonsten würde ich jetzt erstmal weitermachen. Achso, das haben wir schon. Gibt es hier was? Ja, hier gibt es auch was. Äh. Roots of the Owls. Okay. Sorry. Ich muss kurz niesen. Schon wieder. Boah, ich hasse das. So, jetzt komm. Zeig mir, wer das ist. Okay, der sieht schon ekelhaft aus. Okay. Oh, der bewegt sich richtig eklig. Aber hier ist das Gute, dass wir unseren Ausweichmuffer haben. Wow, wow, Alter. Schön, dein Leben, Mann. Was bist du für ein Spinner? Ja, natürlich. Okay, was ist das für einer? Boah, ich glaube, der ist richtig schwierig. Was? Achso, ich wollte parryen. Ja, aber schaut mal, wir haben nicht mal die Hälfte geschafft. Oh, wow. Okay. Okay, ich merke schon, die Schwierigkeit gerade steigt. Minimal. Aber ich habe nichts anderes gerechnet, ehrlich gesagt. Mann, ich bin einfach dumm. Ja, gerade ab da. Also, ich parryen wirklich immer nur, nicht parryen, sondern diesen Ausweichmuffer. Kurz vor knapp einsetzen. Boah, du wolltest mich verarschen, der Reister. So viel Spaß. Boah, das ist alles super fies. So, jetzt passt aber auf. Jetzt wollen wir parryen. Eins, zwei, drei. Jetzt kriegst du meine Mega-Ulti rein. Ja, Mann. Boah, das ist jetzt noch viel fieser. Okay. Ich sagte mir schon, dass er so einen Scheiß macht, weil seine kleine Form hat sowas auch gemacht. Lass mich abkratzen. Okay. Er heult, er heult. Was ist das für eine Scheiße? Was ist das denn? Da passiert doch doch was. Oh, nee. Da wird jetzt das automatische Treffen richtig nice. Vielleicht trefft er quasi gar nicht. Jetzt bitte drauf gehen. Bitte, bitte, bitte. Oh, aber ist knapp. Mann, du treffst ihn nicht. Das ist voll unfair. RIP. Aber das ist ein bisschen nicht gemacht von der Idee her, ne? Dass er so schildlicher angreift. Aber... Ich würde es trotzdem gut finden, wenn er das mal abkratzt. Du wirst ja zu viele leben. Komm, jetzt kratzt doch ab, Mann. Boah, man hat immer so einen Druck am Ende, ne? Man hat es unbedingt schaffen, ne? Ja, Mann! Alter! Zweiter Versuch, glaube ich. Ich gehe ab, Leute! Von wegen Rage-LP. Skill-LP hier. Zweiter Versuch, den Spinner. Geil. Und ich habe sogar einen Carry-Bonus voll, oder? Ja? Ja, Mann! HP habe ich halt nicht viel gehabt, aber ist mir scheißegal, Alter. Die Wertungen, die können nicht mehr an ihrer Wertung, ey. Schaffen wir noch einen dritten Boss und einen Part, oder? Wie heftig ist denn das, bitte? Weil, ich habe bei Cuphead hier gar keine Uhr laufen, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass die Parts eh so lange sind, dass ich die irgendwie zusammenkarten muss. Sind keine Ahnung, wie lange sind jetzt auch, obwohl ein Part wird es wahrscheinlich schon gewesen sein, oder? Die beiden Bosse. Noch ein Boss? Noch ein Level? Ich weiß es nicht. Bist du ein Boss? Ne. Ah, was ist denn das? Ihr möchtet wohl irgendwie fliegen, oder? Okay, ihr müsst einfach in den Cockpit setzen. Ja, okay. Okay, scheint auch wieder irgendein Boss zu sein. Weil es gibt nichts in Münzen. Ah! Achso! Okay, jetzt kommt hier sowas mit fliegen. Okay, das ist wieder schießen. Special ist jetzt hier so eine Rakete, oder was? Okay, kann ich halt nicht machen. Ähm, Parry... Wie geht Parry? Genau, gleich, oder was? Ja, okay. Oh, das ist jetzt halt blöd. Okay. Was ist das? Shrink. How to reduce size. Was war das einfach, dass ich hoch und runter gehen kann? Wow. Bugs, dann hau mal ab. Auf geht's. Jetzt kommt wahrscheinlich... Kommt jetzt ein Level, oder was kommt jetzt? Nee, hä? Das war nur so toll. Was kommt denn jetzt? Wilder Berg. Wer ist Wilder Berg? Oh, okay. Das ist ein Boss, wie es aussieht. Okay, gegen so eine alte Schabracke. Wow. Okay. Die hat echt krasse Musst... Wow. Die hat richtig krasse Musst drauf. ETF. Fuck, jetzt kommt so ein Ochse. Ja. Was ist denn das? Okay, das wird heftig, glaube ich. Wie viele Phasen hat die bitte? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf... Doch, sechs Phasen. Was ist das für ein Boss? Ist das der Final Boss der Welt, oder was? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber komm, Flieglevel, das sollte ich doch aus Sulemon-Omigins gewohnt sein, oder? Ah, ah, ich kann die Schüsse parieren. Ich wollte gerade sagen, weil ich muss auch irgendwie parieren können. Was ist das hier? Ah, okay. Okay, und das ist irgendwie auszurechnen, das ist irgendwie auch fast unmöglich. Okay, jetzt war es irgendwie leichter. Ich glaube, ich habe ein bisschen Pech gehabt, dass der mich genau getroffen hat, der Idiot. Ja, jetzt habe ich es auch... Oh Mann, jetzt habe ich das Spiel durch den Schuss getroffen. Aber kann ich jetzt hier so eine Rakete schießen? Ja, okay. Du schießt einfach so Raketen nach vorne. Okay. Also, das ist quasi so ähnlich wie dieser Move auf der Erde, nur dass er halt im Himmel ist. Wow. Was ist das für ein hässlicher Tornado? Ein richtig hässlicher. Ja, das wird heftig. Da wird nichts mit zweiter Versuch. Da brauchen wir wahrscheinlich den ersten Part für. Ah, lol. Okay, das ist also... Oh Mann. Es gibt auch hier so eine Ultis. Mann, jetzt hat sie mich zweimal richtig drum getroffen. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich stehe mit jeder neuen Phase, die kommt. Okay, jetzt haben wir zumindest mal die Hälfte geschafft. Aber das ist echt auch wenig. Das ist richtig lang, der Kampf. Okay. Ich habe die Ulti, aber ich setze die erst, glaube ich, in der nächsten Phase ein. Weil diese normale Standardphase hier, wenn die so durchspinnt, das geht eigentlich. So. Oh Mann, die kommt ja auch noch zurück, die Blöde. So, jetzt... Euch, Blöde Zwillinge, oder was auch immer ihr seid. Loll, die sind fast sofort abgekratzt. Was ist das? Achso, nein, das ist die Attacke, die sie machen. Ich dachte, die wären down. Weil die so rumgeschrien haben. Aber nein. Ich bin gleich down. Nicht die. Verwechselt. Aber dieses... Ha, 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 Mann. Das ist so fies. Das trifft nicht immer. Okay, jetzt waren wir aber kurz vor der letzten Phase. Tornado, ja, dieses Tornado ist scheiße. Da muss man immer irgendwie kurz schauen, dass man es richtig macht. So. Was ist das mal genug? Blöde Kuh. Okay, jetzt ist die letzte Phase, glaube ich. Komm. Ich kann zum Einmal hier... Oh, schön ins Face gehauen. Das muss weggefahren haben, hoffe ich. Was? Ufos kommen jetzt auch noch. Alter, auf die viel musst du hier achten, bitte. Nein, das Ufo. Boah, ey, das ist zu viel. Was? Ach, komm, Mann. So viel zu viel. Ich raste nicht aus, ey. Mann. Oh, Gott, ey. Das ist doch so... Oh, mir. So ein Schuss... Ein, zwei Schüsse, dann wäre sie down gewesen. Boah, das ist so frustrierend, Mann. Wieso gibt es diese scheiß Anzeige überhaupt? Ja, komm, tüte mich. Jetzt nicht in der ersten Phase Leben verlieren. Okay, sie heult, sie heult. Letzte Phase. Okay, Ulti. Richtig schön getroffen. Das war richtig schön der Treffer an die Fresse. Sollst aber auch auf die Ufos aufpassen. Oh, nein, da kommen die Sterne. Okay, aber die Ulti hier hat ja fast die Hälfte der Leben abgezogen. Oh, der was ist wirklich schwierig. Aber es macht Spaß, Leute. Es macht richtig Spaß. Es fordert richtig. Nicht easy, aber es macht richtig Spaß. Also, wie gesagt, es ist ganz anders. Natürlich ist auch legit, irgendwie. Aber eigentlich ist die blöde Kuh fast blöder, wenn sie einen blöden Tornado da macht. Als diese Zwillinge da. Ich meine, was machen die Zwillinge, was so schwierig ist? Eigentlich gar nichts. Machen ein komisches Rad. Aber das ist jetzt eigentlich nicht so schwierig. Okay, sagt her und stirbt natürlich dabei. Wieso war das klar? Machen wir es nochmal. Ey, das ist voll unfair, Mann. Jetzt machen die das. Diese Attacke gilt trotzdem noch, aber die Kuh darf auch noch weiterhin angreifen. Das ist voll unfair. Aber komm, jetzt. Mit zwei Leben in die letzte Phase. Das wäre richtig gut. Ja. Okay, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der letzte Phase ist wirklich brutal. Mit diesen Ufos und mit Sternen und was da alles kommt, ey. Bam. Das war schon mal gut. Oh, was soll ich das aussehen? Nein, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich mach diesen Boss, will ich heute noch schaffen. Ja, dann hör ich auf. Aber ich will sie jetzt nicht mehr schaffen. Das kann doch nicht mehr so schwierig sein. Ja, eins doch fast. Aber diese letzte Phase ist wirklich scheiße. Die ist wirklich richtig schwierig, finde ich. Normalerweise habe ich halt hier meine Ulti gemacht. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die Ulti wirklich so viel abzieht. Gefühlt nicht, oder? Und die hat jetzt auch nicht so viel im Erlebensampf geführt. So. Ich geh noch meine Ulti rein. Komm, wie unfair ist das bitte? Ich bin doch direkt davor gespawnt. Oh, ich hab zwar kein Leben verloren, aber es war trotzdem sehr unfair gerade, fand ich. Mann! Das ist scheiß Hacha, Alter. Verpiss dich mit deinem Hacha. Auslangen sind wir denn schon Agro her. Und dieses Hacha. Nix da. Also es ist halt diese Attacke von den Töns noch da bleibt, obwohl die eigentlich schon drangreift. Oh, ich hab meine Ulti einsetzen sollen. Da hab ich nur noch einen nehmen fürs letzte Ding. Das schaffte ich auch nie und immer. Mann, das sah so gut aus. Wir hatten drei Leben bis zu dieser letzten Phase hier. So. Das zählt ja auch als Leben. Da bin ich halt nicht ganz vorne. Wisst ihr, das find ich ganz gut. So, schön das reinhauen. Ufo aufpassen, ne? Oh Mann, ey. Das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel. Ja. Immer die letzte Phase. Immer diese scheiß letzte Phase, ey. Okay, sie heult, Leute. Letzte Phase. Aber Mann, Mann, Mann. Ich hab wieder... Ich hab fast keine Ulti dieses Mal. Das ist irgendwie scheiße. Nicht das verschaffen, ehrlich gesagt. Die Sterne bewegen sich mal so richtig drückend. Ich hab auch noch diese Ufos. Ich wollt's parry, Mann. Nice! Oh mein Gott, wir haben's geschafft. Boah, war das schwierig. Wir haben's geschafft. Oh mein Gott. Oh, ich hab mir so gefällt an diesem Boss. Das ist ja unglaublich. Happy Bonus? Nein. Oh mein Gott. Ah, wir haben's. Ja, irgendwie, das ist scheißegal. So, weg hier. Das ist das, was zählt. Oh mein Gott. Was war denn das? Hilda vom Berg. Ja, die war heftig. Oh mein Gott. Was sagst du noch? Sollen wir die Probleme? Ah, ist das nach dem Chip? Nein, du nimm dich nach dem Chip. Ich will das nicht schlauze hältst. Oh, das ist der nächste Boss, oder was? Ne, kommt. Ich will sagen, den heben wir uns für ein anderes Mal auf. Also der Part ist gut gefüllt mit diesem einen Boss. Ähm, hier, Floral Fury, das schauen wir uns dann im nächsten Part an. Ja, also, das war jetzt das erste, was, wo ich doch eigentlich schon ein bisschen frustriert war. Weil man den fast geschafft hat. Also ich hab bestimmt nochmal genau so lange gebraucht, wie vor diesem fast geschafft. Ah, es war echt heftig. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über ein Like sehr freuen, ja. Und dann, äh, ich hoffe, euch gefällt das ganze Let's Play natürlich. Ich hab jetzt hier in einem Part, also ein Stück bis dahin alles aufgenommen. Wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch. Und dann würde ich mich freuen, dass ihr euch auch das nächste Mal wieder anschaltet hier bei Let's Play Cuphead. Haut rein!